Schmeckt? Ach man ey, wie viel Leben hatten wir denn? Bam, habsi. Gut. Wir dürfen nicht mehr sterben. Auf keinen Fall. Nö. Noch einmal sterben und dann ist es vorbei. Echt? Oh mein Gott. Wieso ist das aufpassen? Hab ich mich erschrocken? Oh. Das war mein Schuss, sorry, ich bin auf die Mars gekommen. Da, 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 da. Ähm, wo ist der andere Freak? Da vorne. Der andere ist irgendwie disconnected. Catty Cop. Ah, der andere ist disconnected. Du hast recht. Oh, das ist, das ist fies. Das ist fies. Einfach nur sterben und der ist dann schuld, dass wir alle verloren haben. Kommt ihr? Ja, komm. Kommt ihr? Achso, du läufst so. Ja, wir sind anders gelaufen. Jetzt einfach ins Gefecht rein, das ist es. Ja, YOLO. Oh, passt, passt. Oh, ist in der Base drin, er willst mich verarschen. YOLO. Wecken die Sniper da gleich raus. Alter, bei wem ist er denn? Fahr rein! Ernsthaft. Ich hab sie, ich hab sie! Nein, Granate, nein, Granate! Oh! Wer hätte mich die Granate gehabt, ähm, hätten wir jetzt verloren. Wo ist sie? Wir müssen jetzt nicht aufpassen, wir müssen erst im Team arbeiten. Ja, natürlich. Ah, du musst jetzt nicht zocken, ist auch hier. Team, Arbeit. Team. Pass auf mit dir. Team, toll, ein anderer macht's. Ja, hinter uns, hinter uns ist sie. Ah, genau, 100. Ja, ja, Team, toll, ein anderer macht, das kenne ich vom Geschäft aus. Hm, ist genau das gleiche Prinzip. Ne, sie wollte Granaten werfen und so. Schau, bitte, bis wir's machen. Ah, shit. Oh. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot, was? Scheiße. Wir haben verloren. Alles wegen dir. Danke. Ich will so, dass du mein Schuss fällt. Failed. Ich bin erst mal richtig. Ja. Ich geh mal zu Double B, ne? Wir sind Swiss-Talkern, ich bin wieder mit uns auf, wenn du so weitermachst. Ja. Ah, ja. Ah, da ist der Sir Pac-Man. Ja, ich bin der Sir Pac-Man. Wow. Oh, sorry. Alles mies. Ja, will ich du fahren? Kein Problem. Achso, ja. Ja. Ja, ich bin dann zu euch. Ja, ich fahr zu ihm. Ja, du siehst ihn ja auf der Karte, oder? Ja. Äh, tut mir leid, wenn dein... Heike, links, 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 links! Ich wollte schon sagen, tut mir leid, wenn dein Van nachher verkratzt ist, aber er ist nachher auch Blut verschmiert. Hehehehe. So. So. 5.000 Dollar gekostet, ist ja nicht so. Ja. Ah ja, auf Karte rücken. Okay. Äh, wie lange nehmen wir eigentlich auf? Ich glaub, wir haben um halb acht gestartet. Ich hab keine Ahnung, hab nicht glaub ich, was ich guckt kann. Echt? Oh, da haben wir ein paar Folgen. Ah ja, hohe. Zehn Schuss dann aufgenommen. Bam. Ja komm, wir machen nur noch diese Mission dann. Ja ne, ich hab genug Festplattenspeicher, von mir aus können wir noch weiter aufnehmen. Dann gucken wir auch mal kurz. Hoffen das funktioniert. Jaja, 92. Terabyte? Gigabyte. 92 Terabyte, ja, ist klar. Hehehehe. So, wieso nicht? Es gibt jetzt, bald kommt die erste 60 Terabyte Festplatte raus, Alter. Boah. So 5 Stück daneben, also nebeneinander, so schon mal ein bisschen. Ja, vor allem kannst du dir 60... Ja, BE verteidigen, BE. Warum kannst du dir so viel von den Stücken leisten, ne? Ja, natürlich. Früher hatten die ungefähr 2 Gigabyte schon Festplattenspeicher, jetzt haben die schon 30. Irgendwann, wenn sie 2 Terabyte haben. Boah, ich weiß noch, wo Windows XP rausgekommen ist. 80 Gigabyte, und da alle dachten, boah, 80 Gigabyte, Schuss. Hehehe. Und heute, boah. Ich, 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 ich hab... Doch, kurze Zeit hatte ich ein Windows XP PC, aber nicht lange eigentlich. Mein erster eigener PC war Windows 7. Echt? Meiner war XP, da hab ich mit 8 Jahren schon das Spiel ab 18 gespielt. Meiner war Vista. Meiner war Vista, am Laptop. Meiner war Vista, am Laptop. Komm, erster. Der ist ein heftiges Mg. Ja, dann tut! Die GK hat wieder erreicht. Ich hab ein Auto raus, mehren. Mir scheiß nicht, wie das mit mir kostet hat, ich hab ne wichtige Mission. Fähne, wieso läufst du? Achso, achso, wir müssen gar nicht verteidigen, wenn die am Schlafen, ja. Ja komm, los, steig ein. Ja komm, ja los, los, los. Wir müssen das Auto bewachen, dein Ernst. Ja, die tun da ihre Sachen rein, ihre Drogen. Erstmal Leute überfahren. Schaut, die Drogen einfach rauszunehmen oder so. Ja, ich hab Drogen. So. Oh, achso, fahr, 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 fahr. Ich hab sie. Scheiße, der MG-Typ ist bei mir. Wir haben beide MG. Ja. Ja, ich hab ihn. Ja, okay, ich hab die Vorgüter tun und so. Teamarbeit, jo. Ja, ja toll, ein anderer macht's, wie gesagt. Ja, das ist Teamarbeit. Kenn ich. Leute, warum ich gar nicht mehr aufscheiße, hu. Oh, Mensch, ich hab auch keine Money mehr. Bei mir hat er einfach Fraps abgekackt, ich hab's nicht mal gemerkt. Hey. No. Aber es geht wieder, kein Problem. Leute, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ai, ai, ai. Küsst meinen Kühlergrill, Schlampe. Oh. Hm. Also hast du ihn überfahren, oder? Ja. Ja, ich hab ja gesagt, küsst meinen Kühlergrill. Hab sie auch gemacht. Okay. Hast du auch Money, Pac-Man? Deiner Süßigkeitenkiste? Hab's sicher. Hier. Also, das Auto ist ja voll im Arsch. Hast du auch Money, Mr. Swister, komm? Ich bin erst gleich gestorben. Ach so. Äh, da bekommen wir ja keine Money dazu, oder? Doch. Echt? Okay. Je nachdem, ob man schon vorher ist, gekauft hat dann schon. Hm. Die haben das andere Ding übrigens eingenommen. Die kommen von da. Ah ja, ich spür's. Ich spür's an meinem Leib. Ah ja, ich seh's. Boom. Hast du geschmeckt? Es war daneben, aber okay. Er hat sich selbst ne Granate gelegt. Ah. Für Notfälle halt, so eigentlich. Achtung, von rechts, von dem Gang. Vom kleinen Gang. Pass auf, Mr. Swister. What? Lol. Ha. Insta-Dash. Ah ja. Ach du, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie ist draußen. Nice. Ich glaube, du spürst es sogar. Nee, das nicht. Hab sie. Hab sie. Keine Granaten mehr. Wo ist dein Money-Pack? Oh, au, au. Hab ihn, hab ihn. Der hat die Box gehabt. Der hat die Box gehabt. Hab ihn. Was für eine Box? Weil ich kann an die Boxen, die sie schleppen müssen. Ach so, um Autor. Die kommen auch von der Seite hier. Da, 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 da ist er wieder. Ja, ich sterbe, ich bin tot. Scheiße. Pass auf, von links. Da kommt jetzt einer. Die Frau mit der Sniper. Au, ja klar, ich schieß auch gerne, ja klar, ich schieß gerne durch Autos durch. Ja, tue ich auch gerne. Leck mich. Sind alle Drehbücher, wie gesagt. Der andere ist einer von rechts. Einen habe ich. Oh, und der andere ist dort mit Sniper, was auch immer. Ja, der hat mich. Ja, du bist tot, ja. Ich komme gleich. Spawn, spawn, los, 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 los. Spawn. Ja klar, in der letzten Sekunde ist dann, nö, kann sie nicht spawnen. Ja, und da muss man nochmal zusätzlich vier Sekunden warten. Nee. Das Geistgefühlheber. Was, was, was? Was, was, was? Ja, Typ, den ich treffen kann, ne? Na, Typ, der mich ja gekillt hat. Hehehe. Feindlich. Ja, aber er ist sein ganzes Magazin von mir in den Boden reingeschossen. Hallo dann. Wollen wir mal, wenn's hier weiter nix ist? Okay, er hat den. Gib mir dein Auto! Stopp! Jetzt ist es meins. Oder deins. Hi. Hehehe. Komm, steck ein. Hä, wo geht's noch? Da, hä, wo ist ein G? Da. Ja, drehen. Auf superschnelle Art. Wenden in drei Zügen. Hehehehe. Oh, sorry. Hehehe. Was macht ihr? Keine Ahnung, fahren. Ja, versuchen. Ja, dreißig komisch. Darf man fragen, was es gibt, wenn's fertig ist? Hehehe. Also, flieh. Okay, ich bin, äh, bei G. Man, ey, wie gehst du gern? Ich hab heute genug gegessen von dem her, ich hab keinen Hunger mehr. Muss ich hier? Was, du hast gerne zu kommen? Ne, alter, heute gab's so viel zu essen. Oh, ich bin auf Fichte lieber. Hehehe. Ich hab gar nix, aber okay. Ich hab keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Ich hab einfach jetzt. Ja, aber ich hab auch keine Ahnung, wie du da durchkommst. Ja, ich hab auch keine Ahnung, wie du daheim kommst. Ja, ich hab auch hier und die lassen mich ganz alleine. Ja, ich bin auch noch hier, ich bin auch noch hier. Scheiße, jetzt nicht mehr. Der hat ne pinke Pistole. Deinen Ernst? Ja das ist männlich Mr. Sister Sack, das ist männlich. Und, das ist das nicht. Ich hab auch ne pinke Pistole bei einem anderen. Ich hab zuhause in meinem Bett auch eine pinke Pistole. Ich hab ein pinke Pistole in der Hose. Das schlick-NG, der riegt so auf. Das ist jetzt mein... Boah wie schnell der schießt! Meine Fresse du! Das ist mein SUV! Dann leck mich! Dann ist es halt mein Taxi! Das ist halt mein Pikachu-Auto! Pikachu-Auto! Pikachu! Oh scheiße daneben! 300 Meter bewachen! Ich fahr das mal Kühlerknall auf! Oh vorbei! Boom! Explosion! Ich wollte eigentlich umfahren! Ja bis gegen eine Wand gefahren wäre! Nein ich bin daneben gefahren! Schon wieder! Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Boom! Fette Explosion! Jetzt ist das Auto ein übelst langsam aber er kriegt mich immer noch nicht! Ich hab mich mit der MG getötet endlich! Hui! Oh! Au! Au! Dufte! Auto im Arsch! Dufte! Ich hab eine Frau mit meiner Gnade getötet! Das eigene... Das einzige Auto was hier steht ist im Arsch! Also ne kann ich nicht auftun! Achso ja ja! Und ich hab mein Auto gekillt! Aber zwei Leute haben sich ineinander gekillt! Geil! Okay ich bin bei ihm! Ja ich noch nicht! Komm wir müssen mindestens einmal in diesen... ... ein paar Parts noch... ... einmal gewinnen! Komm schon! Laufen ist so ätzend! Mein Kopf wie er fängt halt! Boah! Diese ganzen Menschen die ich überfahre! Das sind jetzt der... Wie weißt du schlucken sich denn so auf? Du stehen bleiben! Mein SUV! What? Sag der mein SUV! Ich sagte mein Taxi! Kommen hier noch Feierabend oder so? Oder nicht mehr! Die haben Feierabend! 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 Bier saufen! Ist Weihnachten! Die haben heute früher Feierabend! Ich bin der Liebe! Oh eine Bombe wird ausgeraubt! Oh wir haben leider Feierabend! Ist Weihnachten! Habt ihr eigentlich gewusst, dass in der... ... in der Schweiz am 24. ... schweizerweit keine Polizeikontrollen durchgeführt werden? Äh? Ja ist... Könnt ihr Drogen klauen und alles, hm? Ja ne... ... wegen Alkohol meine ich jetzt so... Eigentlich könnte man am 24. Sturz... Ja geh am 5. Brummel fahren! Geht aus! Man könnte am 24. Sturz besoffen rumfahren! Oho! Ja ist echt so! Ja ist echt so! Wir kennen jemanden der ist Polizist und hat gesagt heute ist kein... ... in der Schweiz hat keine Kontrolle! Nirgends! Da oben ist der... ... tot! Also gut! Gut! Mr. Suisse Zocker! Fäck mich doch Muni! Fäck mich doch! Fäck mich doch! Hier! Da hinten! Scheiße! Das ging ins Gesicht! Wow! Wow! What? Alter, ganze Bildschirm schwarz! Ich mein's rot! Oder violett! Meiner war's so dunkelrot! Ich könnt nichts erkennen! Achtung! Granate! Sie ist von hinten gekommen! Oh! Ja das war... Da kommt einer von hinten! Da kommt einer von hinten! Oh! Ich brauch bessere Waffen! Es ist schon, es ist schon... Warte doch! X plus Mrs. Suisse! Okay! Was? Deine Granate plus jemand anderes hat mich gequillt! Oh! Ja klar! Who's got clan? Okay! Ich hab keinen Clan aber... Ja egal! So kommt Leute! Das müssen wir jetzt noch gewinnen! Da kommt... Ne ich hab... LOL! Ich hab die rote Wand für den Schriftzug vom Gegner gehalten! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da hinten! LOL! Achtung! Boah! Wie viel sind denn das? Sind das 3? 1? 2? Au! Arschen Alter! Ja ist klar! Ich schieß auch gern durch... Ficken! Ich schieß auch gern durch Blumenbeete durch! Ja das Spiel ist nicht so realistisch! Der hat mich durch... Die Blumenbeete durch erschossen! Ja jetzt ist einer von den VIP und den müssen wir jetzt killen! Ja 5 mal! Okay ähm... Angreifende Butterrocks! Wir müssen töten oder wie? Ja ja das ist der VIP da! 5 mal müssen wir den jetzt rumwalksen! Ja so auch nicht weil... Er kann mit Autos nicht wegfahren weil das Auto zu langsam fährt! Der hat mit... Nein der fährt! Der fährt! Der fährt! Ja aber er fährt so langsam mit dem Auto das holt jedes Auto ein! Er hat mich... Er hat mich... Aber wir sollten nicht alleine fahren! Äh... Pergleich Spong Life wartest du da noch mit dem Auto? Ja ich schon so dachte ich mich entfernt von mir! Aber... Ja genau! Ich... Ich... Ich geh auch immer von dem Auto in die Hockey das auf mich... Ach hier auf Horis! Warblock! Und ich hab das Reserve Auto! Da sind sie! Einer ist tot! Kill! Der hat VIP gekillt! Nein! Ja! Nicht sterben! Nicht sterben! Weg hier! Ich bin ja echt tot und hab keine Muni mehr! Geil! Ich hab nen Van! Ich hab nen Van! Kommt schon! Ah ja komm! Bei ihm! Genau! Ganz! Moment! Du kannst mit quatschen wie du willst du kriegst deinen Van nicht mehr! Oh! Äh... Und die spawnen! Hui! Da geh ich dann wieder in die Spawn! Ja tschüss ja! Bäh! Ja im Real-Life auch! Die Autos ausgeraubt werden! Hier draußen auf der Strasse! Ja egal! Die spawn ich halt! Ja natürlich mal morgen weiter! Da ist da! Da ist sie! Oder er! Oder Ace! Der wird hier versteckt sich dort! Da oben! Da oben! Kill ihn! Kill ihn! Los! Abmoxen! Hi! Respect Mr. Swiss! Du schaffst das! Uuuuuh! Umgefahren! Alter der geht vor meinem Auto in die Hocke! Was soll ich dann sonst tun außer den oben fahren! Steig ein! Dankeschön! Naja du könntest ihn doch liebevoll berühren! Hab ich doch gemacht! Naja das war ein bisschen 10 kmh zu viel! Jaaa das ist ähm... Ja liebe ist ein dehnbarer Begriff weißt du! Achso! Töten! So wir sind wieder zurück bei APB Reloaded nach einem kurzen Abschluss vom Game! Ich bin immer noch bei euch in der Gruppe! Das bin ich dufte! Ich bin aber nicht in der Mission! Das bin ich doch nicht so dufte! Oh das ist kacke jetzt! Bist du nun zum Distrikt? Also wie bist du nicht einfach auf äh... Äh... Ach stimmt! Scheiße! Drücke U! Ich muss erst nach eurem Distrikt beitreten! Ja genau! Wenn er nicht schon voll ist! Weil sonst hast du ein kleines Problem! Herr warte ein bisschen! Ne ich betrete gerade! Ist kein Ding! Ernsthaft ich komme hier nicht hoch! Ernsthaft komm! Weißt du dann... Wenn ich betreten bin dann sind alle weg dann! Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Gut das heißt noch einmal dann haben wir die Mission gewonnen! Und ich bin auch getötet äh gestorben! Wo ist denn der? Ich glaube ich krieg kein Geld dafür oder? Ah scheiße! Äh keine Ahnung! Wie viel hast du denn jetzt eigentlich insgesamt? 2000! Jööö! Oh ihr seid sogar in meiner nähe! Ja? Ja wir müssen den noch einmal töten! Con das schaffe ich noch der ist in meiner Nähe! 70 Meter ja! Der ist nach vorne! Nein 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 nein! So mein Pokemonauto! Steig ein! Ein Pokemonauto! Ernsthaft! Ernsthaft! Auch diese Frauen ist auf dem Dach! Nee! Der VIP mensch da! die menschliche der kommt zu dir die müssen uns noch zweimal töten und dann habe die gewonnen wir müssen ihn noch einmal töten er kommt wahrscheinlich auch noch ein pass auf pass auf ja ich will nicht rein ja okay wir müssen uns so langsam verschleichen nein aber eigentlich hat das pokémon also noch voll das gute handling findest du ist zwar langsam wie sau aber fährt sich eigentlich ganz gut alte du dummer krankenwagen ich bin tot ernsthaft er sagt ernsthaft scheiße ernsthaft wenn ich jetzt mehr bin hui bam alter das sah es gar nicht aus bergabend über das auto ich gehe mal schauen wo die sind ja und dann läuft noch einer von uns direkt rein ja okay wir haben verloren das ist der miss ist ich bin ja nicht mehr in der mission der publizierte cc oder so ich meine ich ja ich meine ich bin doch nicht rein laufen ja ich weiß ja auch ich weiß ja auch den boobie die die hinkrie der ist da oben ist da offen mit drei köpfen wir können genau versuchen rüberzulaufen ich lenke die das sind die andere ist reingelaufen oh voll idiot sehr typisch die sind hier oben auf dem dach das wird zu spät der andere ist reingelaufen und hat die ganze Mission versaut woher kommt gar nichts ja nun bietig aber verloren okay ich bin ich schon schon keine kohle gekriegt dass es durfte er ist ein bisschen um wir müssen ich muss noch mal kurz so zu tun ist es vielleicht nicht mehr er hat er kommt ein pokémon hat damit oder was das ist und ich aber ich glaube es ist du musst es gehen ja so teuer ist der Scheiß ja klar kommen wenn man die Flüssebüxel das ist mein Auto so schnell kriegt man ein Auto im real life da bist du schon da und mein Auto brennt Tobi ich bin da reingefahren, tut mir leid schade ist es nicht instant explodiert oh das wäre schade Gewehr Munition 3000 für die Waffe, wo ist denn die AK mit was kann man sich nochmal Waffen kaufen mit Geld achso stimmt ja ich könnte mir hier ne ich hole mir jetzt einfach ne wieso kann ich das nicht kaufen ja mit Level 5 ich kann mir das selbst kaufen ich hab 40.000 ich kann mir grad keine Waffen kaufen das ist ätzend kann dir leider kein Geld geben sonst würde ich dir ein bisschen Geld geben wie viel Geld hast du ähm Moment 22.566 Dollar Alter hab mir die Ghetto Waffen gekauft ja hatte ich schon mal Hunderttausende oder so wir haben ja die Ghetto Waffen gekauft ja mein schön weiß kommt das an oh ach so dann würde ich sagen mach weiter oder jewelry rei nachdem sie herum sehr gut wir brauchen den steilischen werden der nicht wird geladen wird geladen wird geladen warte warte nicht 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 anfangen wollen wir kommen seit wir sollten nicht auf der gleichen Seite einsteigen und wir sind mein Dings ist immer noch nicht geladen der Textur jetzt ist sie geladen aber jetzt zurück ja komm ich habe er auch abgehackt wenn wir in Koppel an die Wand zu stellen ist nur Bloppe ja genau wir brauchen wir haben wie so doch nicht den Kopf kann ich abgehen hier Koffe die Bevorragung Acker für die denn jetzt schießt auf mich Wieso machen wir das?